Herausnehmbare Vollprothese Eine herausnehmbare Vollprothese ersetzt alle fehlenden Zähne eines Kiefers. Präzise Planung und 3D-Aufnahmen bilden die Grundlage für eine sehr schonende Operation mit nachhaltigem Erfolg. Der Ablauf der Behandlung Das Zahnfleisch wird geöffnet und zur Seite geklappt, um den Kieferknochen freizulegen. Mit Hilfe der angefertigten OP-Schablone wird die Position der Implantate exakt festgelegt. Mit speziellen Bohrern wird der Kieferknochen aufbereitet. Im vorderen Zahnbereich werden Implantate gerade eingesetzt, im hinteren Bereich wählt man einen Winkel von bis zu 45 Grad. Dies hat die Vorteile gute Stabilität und Belastbarkeit. Die Implantate erhalten nun eine Verschlusskappe, die sie während der Einheilungsphase schützen. Abschließend wird das Zahnfleisch mit einer Naht verschlossen. Nach der Einheilung wird das Zahnfleisch über dem Implantat in einem kurzen Eingriff erneut geöffnet, die Verschlusskappen werden entfernt und das Zahnfleisch wird modelliert. Hierauf erfolgt ein Abdruck des Kiefers mit Hilfe der Abdruckpfosten, nach dessen Vorlage die Prothese mit höchster Präzision gefertigt wird. Im nächsten Schritt werden die Aufbauten auf den Implantaten befestigt. Jetzt kann die Vollprothese auf den Implantaten angebracht werden. Dies kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Die hier gezeigten Befestigungsmöglichkeiten sind die Stegprothese, die Befestigung über einen Kugelanker, die hochwertigste Befestigungsmöglichkeit durch Teleskope und die Fixierung der Prothese über sogenannte Lokatoren. Die herausnehmbare Vollprothese kann zur Reinigung vom Patienten entfernt werden. Sie ermöglicht ein sehr ästhetisches und funktionales Gesamtergebnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017